Hallo zusammen, mein Name ist Ann-Kathrin Seidel und ich arbeite seit Sommer 2017 als Business Consultant bei der Alphapipel GmbH in Herford. Bevor ich zur Alphapipel gekommen bin, war ich in einem Einzelhandelsgeschäft tätig, das mich auf Textildruck spezialisiert hat. So habe ich von der Kundenseite die Prozesse im Retail, aber auch in der Produktion kennengelernt und erste Erfahrungen mit ERP-Systemen gesammelt. Als einer der größten Microsoft Dynamics 365 Partner ist Alphapipel in über 15 Ländern mit rund 550 Mitarbeitern vertreten. Besonders für junge Menschen oder Quereinsteiger bietet Alphapipel zum Start ein Mentoring-Programm sowie Training on the Job. Im Rahmen dieses Programms werden neue Mitarbeiter in der Anfangszeit von erfahrenen Consultants betreut, in unterschiedliche Prozesse eingearbeitet und unterstützt. Durch das Expertenwissen unserer Consultants in den unterschiedlichen Branchen haben wir in den letzten Jahren einen fundierten Support aufgebaut. So können wir unsere Kunden optimal beraten und unterstützen. Der persönliche Kontakt ist hier besonders wichtig. Unsere Kunden können bei einem Supportfall nicht nur unser Ticketsystem verwenden, sondern uns auch direkt per Mail oder klassisch per Telefon erreichen. Wenn es mal schnell gehen muss, weil beispielsweise die Produktion steht oder Lieferungen nicht ausgebucht und versendet werden können, greifen wir auch mal auf Tools wie TeamViewer zurück, um direkt zu helfen und das Problem schnell zu lösen. Die Arbeit im Support gefällt mir besonders gut, weil ich durch die verschiedenen Supportfälle und Kundenanfragen die Systeme von Microsoft Dynamics AX 2009 bis hin zu Dynamics 365 kennenlerne. Hierdurch bleibt der Job stets abwechslungsreich. Durch den direkten Kontakt zum Kunden in den unterschiedlichen Branchen muss man sich immer neu auf die Situation einstellen. Dafür erhält man aber auch direktes Feedback vom Kunden. Und wenn man ein Ticket gelöst hat, ist es schön, dass man damit einen Kunden wieder ein Stück zufriedener gemacht hat. Die Unterstützung, die man besonders bei schwierigen oder kniffligen Fällen bekommt, ist außerdem wirklich toll. Ich habe von Anfang an das Gefühl, im Team aufgenommen worden zu sein und kann immer jemanden fragen, wenn ich mal nicht weiter weiß. Wenn auch du Teil dieses Teams sein möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Ich habe von Anfang an das Gefühl, dass du Teil dieses Teams sein möchtest, wenn du Teil dieses Teams sein möchtest,